Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Es ist endlich wieder soweit, ein Jahr ist es her, seitdem wir den ersten Part von FIFA 14 Ultimate Team haben. Jetzt geht's los mit FIFA 15 Ultimate Team. Ich hatte ja eigentlich geschrieben in meinem Uploadplan, dass es am Donnerstag kommt, aber leider hatte ich einige kleine Probleme mit dem vollständigen der Foothead Web App. Aber jetzt geht es los mit der FIFA 15 Ultimate Team Foothead Web App. Wer wissen möchte, was es in FIFA 15 gibt, also was dieses Ultimate Team Modus ist, der soll sich nochmal meinen allerersten Part von Let's Play FIFA 14 Ultimate Team angucken. Da habe ich im ersten Part von FIFA 14 Ultimate Team alles erklärt, was es über das neue, über dieses Ultimate Team Modus gibt. Ich möchte euch die Neuerung hier gleich im ersten Part berichten. Und zwar gibt es einmal diesen neuen Physical Mode. Also diesen neuen Physical Wert, der wurde ersetzt, also der kam neu im Gegensatz zu den Kopfballen. Der Physical Wert werde ich euch noch in einem anderen Part erklären, genau wie die anderen neuen Dinge. Aber wir gucken uns erstmal hier die Mannschaft an. Ja, noch sagt mir zur Zeit keiner was. Fortuny, von dem habe ich mal was gehört. Also der sagt mir irgendwas. Gillas, den kenne ich noch. Algerischer Nationalspieler. As Humre. Okay. Erik Abidal. Der spielt jetzt bei Olympiacos Pireos. Okay. Hässliches im Leben. Ich bin natürlich wieder Fluis Fußball. Jena. Und... Arnold! Geil! Allererst mal Maxi Arnold ist jetzt ein Goldspieler, was ich ziemlich cool finde. Und B. Wir haben Maxi Arnold. Ist das episch? Oh, die neuen Vertragskarten sehen auch cool aus. Flui 039. Wir haben bemerkt, dass du seit Februar 2012 FIFA 15 Ultimate Team spielst. Als Dankeschön senden wir dir ein Geschenk. Bereich meine Sets. Ja, seit 22 Uhr kann man die Foot-Head-Wett spielen. Als erstes bekommen wir erstmal hier 250 Münzen. Boah. Nur Spieler. Okay. Und wir machen natürlich die Packs auf. Bronze, Silber, Gold. Einer ist mindestens selten. Ah, okay. Wir machen erstmal ein Pack Spielerset auf. Und gucken mal, was da drin ist. Vollbildmodus. Oh. Garnero. Ah. Pinar habe ich. Das ist cool. Ähm. Zirbinski. Alvarez. Ach, Alvarez hier von Zanderlin. Der hat mal letztes Jahr bei Inter Milan gespielt. Ähm. Ich muss erstmal gucken, was ich für Spiele habe. Und dann, ähm, gucken, muss ich die Mannschaft danach erstmal zusammenbauen. Und so, jetzt öffnen wir mal das nächste Spieler-Pack. Und wir haben... Okay. Weinhan. Free. Wir haben... I'm free. Und wir haben Dropny. Yeah. Jaroslav Dropny, der Hamburger Torwart. Dann Weiner. 88 für Sieg. Hat der Wahnsinn. Und 75 Defense. Super Werte. Ah, Schamack. Den kenne ich auch noch. Und wir haben einen von Paderborn. Welker? Kenne ich nicht. Und wir haben einen Armeen. Landsmann von, ähm, Miki Dager. Alle zum Verein hinzufügen. Selten goldener Spieler. Das freut mich natürlich. So, jetzt haben wir noch ein paar Golds jetzt. Da machen wir erstmal Enaza auf. Vielleicht ist da sogar Enaza drin. Ah, ja. So, wir gucken mal. Wen haben wir denn? Vielleicht einen goldenen Spieler? Nein, wir haben aber Suárez. Den Argentiner. Äh, Jovri. Nein, wir haben schon wieder Schamack. Ernsthaft? Lol. Und wir hatten eine ZOM-Mittelstürmerkarte. Und Verträge. Lol. Wir haben gleich mal einen doppelten Spieler alle zum Verein hinzufügen. Und ja, Schamack. Den können wir natürlich auf dem Transfermarktlisten gleich mal anbieten. Äh, die Spieler werden jetzt extrem teuer sein. Äh, ich werde den einfach auch jetzt mal anbieten für, sagen wir mal, einen Tag. Und wir machen mal. Ja, man sollte hier am Anfang die Preise extrem hochlegen. Weil halt es wenige Spieler gibt. So, David Alaba. Gucken wir mal, was wir jetzt noch haben. Geil wäre es natürlich, wenn wir so eine extreme Karte ziehen, wie den Hazard. Und wir haben Neustädter. Wie geil ist das denn? Roman Neustädter. Ey, Raffi, wenn du das siehst. Hashtag. Äh, Hashtag. Oh, und den haben wir noch schießen. Nicht schlecht. Ey, geil. Roman Neustädter. Uuuuh. Und wir haben die neuen Chemistry-Style-Karten. Das erhöht natürlich einiges. Und wir haben echt gute Karten bekommen. Muss man mal sagen. Natürlich ist es schwierig. Alle zum Fein natürlich hinzufügen. Ich muss erst mal gucken, was man eigentlich alles so hat. Ähm, okay. Promosets. Was sind denn die Promosets? 15.000. Äh, Silberteam. Uh, ja. Mhm. Wir gucken mal, was ist denn hier mehr? Weiter zum Origin-Store. Ah, okay. Hier kann man wohl... Mhm. Ja. Uh. Was? 99 Cent für 100 Punkte. Ist ja billig. Okay. FIFA hat die Preise gesenkt. Äh, okay. Ich muss jetzt mal kurz Schnitt setzen, weil... Er sieht so aus, als bräuchte ich...